Jetzt sieht man nämlich, wie ich mir hier so ein paar Lotte-Sie-Ticket kauft. Oh mein, das hat 84 Coins. Alter. Nein, 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 nein. Alter, diese Lotte-Sie-Ticket. Ich hab sehr Verluste. Ich hab echt Verluste gemacht. Ich hab 1000 Coins rein und hab 300 Wechsel. Ja, ich hab 9000 Coins bekommen. Das musst du in die Hand nehmen. 9000. Ja. Nee. Doch. Nee. 2500 Coins. Ich hab 11.000. Ich kaufe mir jetzt für 10 Coins in so eine Kiste. Wollte ich irgendwie Stop drücken? Nein, da war eine Schallplatte. Wow. Ich hab 5000 Coins bekommen. Naja, immerhin. Ich gönne mir grad richtig, Alter. Wirst du in die Hand nehmen? Wirst du in die Hand nehmen? Ich hab 500 Coins bekommen. Ah, 600 Coins. Ich gönne mir auch noch mein S then die Hand nehmen. Alter, das ist echt such Das ist ja eigentlich schon Glücksspiel. Komm, ihr habt ihn hier betreiben, das ist Glücksspiel. Und vor allem ist es laut, wegen dem scheiß die Hand nehmen, Alter. Lautes Glücksspiel, das geht ja echt gar nicht. Ich hab jetzt keine Coins mehr. Ich hab wieder 1200 bekommen, Alter. Rechnet das mal in fucking Euro, in wie viel scheiß Geld ich hier verliere. Für das Geld könnte ich in Holland Urlaub machen. 360. Ich hab schon wieder 600 Coins bekommen, ich kann wieder ein Los kaufen. Okay, jetzt hab ich wenigstens das Geld wieder reingeholt. Nein. So, ich hab jetzt hauptenweise Geld verloren, um nichts zu bekommen. Ich hab nur Kistenkoppel in den Geld drin, die ich wieder in Kisten verballert habe. Ich hab auch zum Ende nichts bekommen. Komm, ein Naturilos holen wir noch. Ach, guten Abend. Willkommen bei Survival Games. Ist das Teams? Ähm. Wir rennen direkt weg, okay? Okay. Über die Britsch dahinter in den Traumhör hin. Bei Circan, äh, Sinterklaas. Sinterklaas, ja. Sinterklaas verfolgt uns. Der steht ja auch in der Mitte. Sinterklaas. Wie ist das denn? Schenken wir den Regenflevers zu Weihnachten? Da hinten ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Wir rasieren den, Alter. Wir rasieren den so durch. Ich kann nicht schlagen meine Maus. Fuck, troch. Wir sind sehr gut. Ich hab irgendwo meine Spinnenweben hingesetzt. Hab die nicht mehr gefunden. Oh, wir sind einfach solche Profis. Wir sehen uns gleich in einer nächsten Runde, wo wir noch mehr Profi sind als zuvor. So, wir rennen sofort weg wieder. Nein. Nee, Alter, auf dieser Karte sind so viele Kisten, das ist halt richtig unnötig. Nee, da hinten sind Kisten. Ja, ich hab aber nix. Ach, nix, warte. Hey. Ach, nix, warte. Was heißt Anekdote? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee, ich rasier den jetzt, Alter. Ich hab nicht meine Waffe gehabt. Ich pingstelle den jetzt. Nein, das sind Angelspiele, Alter. Nee, Engling. Engling. Wir sehen uns gleich noch mal wieder. Ich hab ein Steinschert. Ich hab ein Fisch. Ich kann die scheiß Melone nicht holen. Ich scheiß auf die Melone. Nein, Melonen sind geil. Sollen wir da mal runterspringen? Lass die da unten mal klatschen. Ist da unten Wasser? Ja. Das kriegen wir nicht hin, oder? Ach, komm, Lolo, oder? Komm. Nein. Scheiß. Wir sehen uns gleich wieder. Komm, das schaffen wir, oder? Oh, nee, mit der Karte hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Guck mal, da oben in dem Baum ist ne Karte, äh, ne Kiste. Ich bin hier schon immer in den ersten 5 Sekunden gestorben. Wir rennen die Richtung dahinter, okay? Da ist ne Kiste, da ist ne Kiste, da ist ne Kiste. Ich hab ein TNT bekommen. Ich bin tot. Oh, wie der heißt, Alter. Das ist dein Boss. Junge, ich hab so gute Ausrüstung gerade. Hier, warte, ne Hose. So den richtigen Bayer in dir. Ja, Mann, ich bin schon fast full Leder. Alter, ich bin so Bayer. Oh, da liegt ne Lederjacke auf der Straße, nehmen wir mal mit. Ja, woher bin ich eigentlich ne Mischung aus dem Türken und ne Bayer? Ich bin so, wie der Lederjacke. Ja. Seiner Scheiße. Nein. Ich renne jetzt weg, ich hab kein Bock. Die haben voll Iron gehabt. Was machen wir eigentlich hier mit unserem Leben? Komm, wir wollten weiterzocken, bis wir gewinnen. Bis wir gewinnen. Komm, rasier den. Komm mal, da liegen meine Kartoffeln. Nein, der Arsch hat mich angezündet. Komm, ja, renn doch in den Kaktus rein. Was, nächste Runde? Haben wir Lederjacke mit den Türken. Lass den rasieren, lass den rasieren. Rasier den, komm. Hab noch ne Lederjacke. Komm, komm, wir sind die Türken gegangen. Ne, du gewinnst den Scheiß jetzt, ich. Komm, die Kinn nicht. Oh nein, der hatte vier Herzen. Weißt du? Weißt du was? Wir spielen noch ne Runde. Ja, natürlich. Ich rasier mir jetzt Arme, der kann. Wie weißt du, die hat mich schon geschlagen. Hat die ne Schwert? Fand ich geil. Ja, ja. Fand ich geil. Die hat ne Eisenschwert. Boah, ich hab die auf Half-Life runtergeprügelt. Wenn ihr sehen wollt, wie jemand gewinnt in SG, dann spielt am besten selber. Bis morgen, tschüss. Bis morgen, tschüss.